Herzlich Willkommen auf den Seiten der FDP-Bundestagsfraktion zur Rente, betriebliche und private Altersvorsorge. Hier finden Sie alle unsere Konzepte und Anträge der Legislaturperiode zu diesem wichtigen Thema, das mehr und mehr Menschen auch deswegen interessieren muss, weil die Lebenserwartung in unserem Lande permanent steigt, erfreulicherweise. Interessieren Sie sich für unsere Initiativen, zum Beispiel den flexiblen Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand ab 60 Jahren auf der Basis einer eigenen freien Entscheidung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und mit Rückfragen dürfen Sie sich gerne an mich oder an die Bundestagsfraktion wenden.